Hallo, ich bin Veronika Zobel, ich wohne auf der Geishapel, das ist in der Nähe von Oberstdorf, spring seit 2003 im Skiclub Oberstdorf und begleite euch oder zeige euch jetzt im Winter mal, wie das so hinter der Kulissen abläuft, also so ein kleines Tagebuch mal hier. Hallo, ich bin der Sauter Paul, ich komme aus dem Schwarzwald, bin jetzt hier in meinem fünften Jahr auf dem Skiinternat Oberstdorf und ich werde diesen Winter, diese Saison euch mal ein paar Einblicke in das Geschehen der Skifahrer geben und hoffen, dass es ein paar interessante Sachen dabei sind. Hallo, ich bin der Sebastian Badat, ich bin Skispringer und komme aus Thüringen, bin in diesem Sommer nach Oberstdorf gewechselt und ich werde euch diesen Winter mal mit einem kurzen Tagebuch ein paar Einblicke hinter die Kulisse eines Skispringers geben. Hallo, ich bin Janina Ernst, ich komme aus der Schweiz, bin Skispringerin und springe jetzt schon seit fünf Jahren. Ich bin aus der Schweiz nach Deutschland gekommen, weil ich hier bessere Trainingsmöglichkeiten habe und ja, ich möchte euch im Winter einen Einblick in mein Tagebuch geben. Ich bin Sophie Grehl und ich laufe schon seit zehn Jahren Schiedanglauf. Ich bin SC Oberstdorf. Ich bin dieses Jahr neu im Junior-Team, im Junior-Fisman-Team und ich will euch ein paar kurze Einblicke in meinen Sportalltag geben.